Hallo und willkommen zurück beim Rupert Gamer. Heute mal wieder mit Hans Schroder und dem Micha und dem Thomas. Und wir zeigen euch heute eine wahnsinnig geile Runde, zumindest für mich. Der Micha war damit nicht so zufrieden, ich schon, weil ich die Runde einfach nur mega feiere. Und das eine meiner besten Runden war, definitiv. Und seht einfach selbst, schaut das Video bis zum Ende, wie immer. Denn es gibt bis zum Ende Dinge zu sehen, die ihr woanders nicht seht. Ja, und wenn ihr unseren Discord-Server joinen wollt, dann schaut einfach mal in der Videobeschreibung. Viel Spaß. Ja, heute sind wir mal ein bisschen lauter unterwegs, ne? Sagt, mit Schalldämpfer. Mit Schalldämpfer. Bringt bei mir ja nix. Ach, fuck. Und wir nach der unten. Also, wie ist es los? Hey, 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 hey. Hey! Ha! Äh, der war eigentlich oder Pitch? Ich glaube, Pitch ist besser. Ja. Wir müssen es dann. Okay. Die Haie fuckt sich hier wieder hinten am Stick. Ah, die ist oben da. Lass die auch mal heißen. So ein Stamina auffüllen. Ja. Ich brauche nix aktuell. Lito. Auf nach Kramatorion. Jawohl. Auf. Ey. Da oben drauf. Wer hat Bock? Ich nicht. Wer hat denn den Fett? Komm schon. Ah, fuck it. Ich dachte ja fast, wir werden da oben. Ich hab'n Pass gefunden. Nehmst du den Hinweis noch? Ja. Boah, fuck. Nehme den Hinweis noch da oben, Thomas. Voll schön Trigger. So, komm her. Warte, jeder mitkriegt hier. Power. Hier unten hörst du es nicht, ne? Warte, ich schick mal den Fasche wieder hoch. Konnt' ich jetzt auch Dynamit schmeißen, ey. Du hast gerade eiskalt einen Emulator in die Luft gejagt. Dankeschön, er ist nett von dir. Einmal reingehen und drücken einfach. Ich weiß. Kommst du mit rein? Ja. Richtige Hunter-Liebe im Aufzug. Komm rein, Schatz. Okay, Sparks Silencer macht keinen Sinn. Aber Sparks, äh, aber Fisch. Ja, und Haftbombe hab ich auch. Haftbombe hab ich mit. Oh, ja. Ah. Äh, lasst mir vielleicht den Boss bitte, weil dann hätte ich meine XP für den Sägen zündlich. Küber. Daneben, daneben. Ich hab' ne. Oh Gott, weg, 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 weg. Ey, der ist eh down jetzt. Ja, hä? Haben wir's geändert? Haben wir's im letzten fix geändert? Kann sein. Äh, du bist ja half getriggert. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich kriege keine Pfeile rum. Äh, die ist da getriggert, wo... ...soll ich zuhauen, oder? Na, nein. Ich hoffe, der... Ah, die ist unten drin. Geh weg da. See down. Aber wo lege ich am besten die Falle hin? Au, wir sind ein Gegner, wir sind ein Gegner. Ja, ja, sehe ich, sehe ich. Einer tot. Das, was ihr jetzt hier gesehen habt, war die Fähigkeit Fächern, die dafür sorgt, dass ihr schneller schießen könnt und, sobald ihr einen Revolver mit habt, viel flexibler seid. Ah, ja, direkt bei mir. 24 Meter. Da hinten. Hey, was? Nein. Holy shit. Habt ihr Kollegen angezündet von dem? Bei mir, ich sage. Hey, äh, zwei. Hat er euch eingefackelt? Ne, hat er nicht. Ne. Aber der Parente weiß es und ich weiß nicht, wo der ist. Was hat denn, der kommt? Da hinten. Im Lebel hat er gehabt. Rechts ist er. So? Ne, links. Ich auch noch. Aber ich kann dir leider nicht helfen. Wo ist der Parente? Doch, kannst du, weil er ja auch durchgekommen ist. Ja. Ich höre nicht. Der kommt, der kommt. Ich kann nichts tun. Ich bin first down. Ich komme zu dir. Ja. Die verteidigen mich echt hart, ey. Ja, tot. Tot? Sehr gut. Und er ist nur bei mir irgendwo. War das eine Frau, Jan? Ja, ja. Eine White Shirt. Hat die eine Spell? White Shirt. Ja, ja. Ich glaube, ja. Okay. Ja. Der hat das Gift auf dich geschmissen. Wie lange hält Gift? Komm nicht. Gift weg. Versucht mal anzuzünden. Wieso habe ich eigentlich Fanning dabei? Die brennt, ihr Alter. Ja, die sind ja tot. Die sind alle drei tot. Wie alle drei tot? Hast du nicht eigentlich alle 13 tot? Naja, ich habe zwei gekillt hier. Einen da. Und einen da. Ja, dann ist die Warte nur so irgendwo. Dann ist die bestimmt dort hinten. Wie kommt es zu dir? Äh. Thomas, du kannst mich hochholen. Ich habe einen großen Balken. Als allererstes. Ich habe mich auch mal eben. Pssst. Ja, gut. Es geht. Ich weiß, wo der sein wird. Der wird da hinten in diesem kleinen Kamm, wofür die Leiter hoch geht. Gucken wir mal hier. Wenn keiner aufgehoben wird. Das ist das Gift. Der Rekord in den Teilen. Das ist der Scheiß. Doch, du kannst mich hochholen. Das ist noch mehr schon seit dem letzten Patch. Das warst du schon, oder? Ich habe einen großen Balken. Ich überlebe das. Ist egal. Kriegen die schon aufgehoben. Da rennt einer. Hier auf 225 circa. Von mir aus gesehen. Südwesten. Das ist Thomas. Bist du gerannt, Thomas? Ja. Achso. Wie lang geht denn das Scheiß gehelfen? Füß lang, leider. Der Kollege müsste knusprig sein. Ja, ist er auch. Geh weiter. Geh mal den Weg. Fünf Minuten. Hier. Möchtest aber bald rum sein. Ja, Kollege ist durch. So, ja. Mal pushen jetzt nach hinten, um jetzt zu gehen. Mal pushen jetzt nach hinten, um jetzt zu gehen. Ja. 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 Wo liegst du denn, Michael? Weil das hat. Ja, ich bin weggerannt vor jemandem, der mich angeschossen hat. Ich vermute ihn echt hier irgendwo. So. Hm. Hier links. Da höre ich hier Steps. Ich geh ganz gern beim Aufzug trennen da. Wo ist der Aufzug nochmal? Na, du bist kalt. Hier links, ne? Ja, da hab ich geschaut, du bist kalt. Aber hinten bei der Leiter vielleicht. Wenn wir dich jetzt hochholen, stirbst du sofort wieder oder was? Ja, wahrscheinlich. Puh. Geht mal hinten gucken, wo der kleine Raum mit der Leiter ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Extracted ist. Seine beiden Kollegen sind durch. Hier meinst du? Äh, keine Ahnung. Ich bin bei Thomas. Ja, Muni. Ah, doch. Ich hab doch alle gekillt hier. Guck mal, hier ist noch einer. Okay. Wir brauchen nicht mehr suchen. Alle drei tot. Oh. Sehr schön. Jetzt guck mal, ob das Gift weg ist. Ist immer nur da. Alter. So lange könnt ihr doch nicht anfangen. Aber versuch mal ein Bild dein Glück. Ich renne gleich weg. Jetzt ist es gerade weggegangen. Ah. Perfekt. Okay, fangen wir mit Verbanden an. Hauptsache der Butcher schreit nochmal. So, kann ich noch irgendwas looten? Ja, ja. Das ist mal eine tolle Runde, ey. Die ich hier aufnehme. Ja. Nee, gefällt mir nicht. Mir schon. Hier liegt ne Falle. Hier. Oh, fucking. Was los? Fucking hell. Da hinten am Ausgang sind noch Gegner. Da hinten drinnen. Woher kommt die Falle jetzt? Da oben. Da oben sind Gegner. Äh, die Falle habe ich selbst hingelegt. Ja. Hau den hinz. Äh. Kannst du mich noch hochhalten? Nö. Kann man schon. Oh ne. Halsglas. Habe ich geworfen. Nicht da auf der Rückseite. Wo der Micha? Sag mal in die Richtung. Jetzt dort wo ich liege. Ja. Dort, dort, dort. Ja. Auf jeden Fall wurde der von einem Halsglas gehittet. Oh, okay. Ich habe mich gerade selber getötet mit der, äh, mit der, äh, mit der, äh. Danke. Alter. Wirklich. Ich wollte einen Ding wegmachen. Ah. Große Klasse. Einer tot. Heiß. Heiß. Ich werde jetzt überhaupt nichts mehr machen in der Runde. So. Jetzt auch mal Ruhe. Alter, wo geht das nu hin? Das war ein. Oh scheiße. Fick durch. Deutsch oder Avto? Na. Ah, ich sehn. Boben. Zwei tot, oder was? Ja, hier ist noch einer. Einer. Alter, was ist das für eine Runde für mich hier? Ja. Ich krieg... Ich... Ich krieg's kotzen gerade. Die sind extrahiert. Das ist gut. Das waren die letzten, ja. Ja. Ich hab oben einen weggemacht, unten zwei. Das heißt, alle drei. Ja, genau. Dann loote du wenigstens. Boah, geil. Hör auf zu ragen. Da ist mein Video. Bitte. Ah. Wir kommen lebendig raus mit einem Bounty Michael Kopf hoch. Meine Karte senken wie da oder so? Der andere liegt oben an der Leiter. Ja, da geh ich nicht gucken. Du hast vorkriegen Probleme. Juhu. Schau, gezimmer. Ich schau. Keiner da. Okay. Wo waren die Leiter nochmal? Ich hab ja... Ich hab ja nicht so mit der Orientierung, ne? Ja. Ich glaub das ist ausbraut, oder? Nein, nein, die haben ich gar nicht angezündet. Ja, der Dolm. Die hab ich mir, glaub ich, verdient, ne? Hier kannst du eine Uppercut haben. Abbeiner. Wo ist der andere? Oder der dritte? Äh, wir haben unten zwei und oben einen. Wo ist der? Den dritten hab ich gesagt? Ah, den dritten hab ich euch gar nicht erzählt, wo ich den gekehlt hab. Warte mal. Schau mal hin runter. Oh, Mosin. Komm mit. Ich glaub. Hier auf der Flucht erschossen. Warte mal. Hier irgendwo. Nee, nee. Ich weiß wo. Ja, warum liegt hier die Mosin Bayonet? Wo waren die fucking Leiche von dem nochmal? Warte mal. Hier bei Label Klaue. So ein White Shirt, der liegt hier irgendwo. Warte mal. Da. Aber der ist... Hä, nee, da war der nicht da. Ja, hier. 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 Einer von den Beinen. Na, der. Du ist uppercut. Ja, ich hab schon einer. Ah, einfach mal eine Runde. Rehabilitiert. Für die uppercut Runde. Ich guck auch noch mal. Weil so schön ist der Munition. Da brauch ich nicht. Das war's mit den zwei großen Balken, I guess. Ach. Au. Oh. Hahaha. Mit dem Last Point. Das war's. Hahaha. 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 Mopping. Hahaha. Hahaha. Ich erzähle alles meine Mama. Hahaha. 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 Machen wir doch mal ne geile Runde, ey. Boah. Äste. Die Runden, wo ich hier 5 Kills mit der After mache, oder? Die sind auch geil, Micha. Die werden nicht oft genommen. Ja. Warum? Weil ich meistens nicht dabei bin. Ja, warum? Genau. Warum bist du nicht dabei? Keine Ahnung, ey. Weil ich das immer verpasst so weit. Einfach bad luck. Komm, ich mach mal den Fetty noch mit hier. Ja. Viel Spaß. Ich bleib weg. Von meinem Glück griff der mich damit noch. So, ihr holst die Scheiß-Hive. Heute geht mal am Kickstone. Mein Gott, ey. Was denn da los? Ich wollte jetzt vorher auch mich nach. Was denn los hier mit dir und der Hype, he? Die killt mich gleich. Ich seh's ja nicht mal. Ich bin gleich im Ausgang. So. Und das sind jetzt auch noch... Oh, Walter, der will! Hilfe! Danke. So, ich warte jetzt. Nein, nein, nein. Ah. Das war ja mal ne... Ich hab Angst. Ich hab Angst. Also, ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der Runde haltet. Ähm. Ja. Also, ich persönlich fand die geil. Klar, der Micha jetzt nicht so. Ich fand die Beide unten. Scheiße. Der ist jetzt ein bisschen sauer, aber... Naja. Er kommt lebendig raus. Mit nem Bounty. Raauf zu schießen. Ich rede gerade. Ich rede gerade. Halt, stopp. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Naja, aber... Ähm. Wie gesagt. Wenn ihr... Ja. Die Runden... In der Richtung nicht verpassen wollt. Dann hinterlasst uns einfach ein Abo. Und ein Like. Und... Einen schönen Kommentar. Der sich... Gewaschen hat. In Posi oder negativer Runde... Äh. In negativer Mania. Ist mir egal. Aber Hauptsache. Ein Kommentar. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Würde ich sagen. Oder? Ihr Beiden? Ja. Sicher. Ja. Das war nämlich schon der Thomas. Und der Jan. Bye, bye.